Braucht man als Agenturdienstleister eigentlich eine eigene Website? Ja oder nein? Die ganz klare und schnelle Antwort ist, ja, bitte. Bitte mach eine Webseite. Egal, wer dir da draußen erzählt, ja, du kannst erstmal ohne Webseite starten, das braucht man am Anfang nicht, der hat noch nie eine erfolgreiche Agentur aufgebaut und weiß nicht, wovon er redet. Ganz klares Statement. Wenn du erfolgreich und professionell wirken möchtest, musst du eine digitale Präsenz haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du auf Neukundengewinnungsjagd gehst und dann sagen die Leute, okay, ich schau mir das Ganze mal an, haben sie eine Webseite für mich oder sie sagen gar nichts und legen dann auf oder beantworten deine E-Mail nicht, bevor sie mal auf deiner Webseite waren und dann finden sie dich überhaupt nicht. Du hast keine Webseite verlinkt in deiner E-Mail, in deiner Business-E-Mail, du hast keine Präsenz auf Google. Ja, würdest du denn bei einer Firma kaufen, die noch ein paar tausend Euro für die Dienstleistung abruft, aber nicht einmal im öffentlichen Auftritt hat, wer in diesen Jahrzehnten und in den nächsten Jahrzehnten generell nicht online auffindbar ist, der wird als Scharlatan abgetan, als Betrüger. In allermeisten Fällen ist das so. Deswegen gibt es ja auch keine Diskussion, du brauchst eine Webseite und ich zeige dir heute anhand meiner eigenen Agentur-Websites und wie du die erfolgreich aufbauen kannst. Also viel Spaß damit. So, und das noch mal ganz kurz abzuhaken. Ich bin selber seit über sieben Jahren Agenturinhaber, bald sogar acht Jahre. Einmal von der Convect-Agentur, die siehst du hier auf meiner Webseite und einmal von der Karriereschritt-Agentur. Convect macht SEO, Karriereschritt macht Personalgewinnung. Also ich weiß, wovon ich rede. Und die Webseite der Karriereschritt, die gucken wir uns heute mal exemplarisch an. Ich habe sie schon aufgerufen, denn da können wir uns ein bisschen mal entlanghangeln. Es gibt ein paar Elemente, die sind einfach wichtig, die auf deiner Agentur-Website drauf sein sollten, damit sie überzeugend ist. Generell erstmal überhaupt, was soll diese als Webseite tun? Anfangs in meinem kleinen Rage ja schon mal ganz kurz erwähnt. Sie soll vor einem Vertrauen wecken. Sie soll zeigen, okay, da ist ein Unternehmen, das steht in der Öffentlichkeit, das ist öffentlich einsehbar, das zeigt transparent, wer dahinter steckt, was sie machen, wer die Kunden vielleicht auch sind, wer das Team ist und so weiter. Diese Transparenz erzeugt Vertrauen. Und im gesamten Verkaufsprozess von einem Interessenten bis zum Kunden geht es nur um Vertrauen. Vertrauen ist die Währung, die ihr aufbauen müsst, um mit jemandem zusammenarbeiten zu können. Das ist ganz wichtig. Ich werde demnächst auch noch mehr Videos hier machen zum Thema, wie könnt ihr Kunden gewinnen, wie könnt ihr richtig verkaufen bei einer Agentur. Das kommt alles noch mehr. Und heute ein ganz wichtiger, essentieller Prozess, ein wichtiger Schritt in diesem Prozess Vertrauensaufbau hin zur Kundengewinnung ist das Thema Webseite, professionelle öffentliche Präsenz. Ganz wichtig. Also, wir müssen hier immer erstmal schauen, dass wir erstmal diese erste Sektion haben. Das ist der sogenannte Header. Man spricht auch davon above the fold, also alles, was quasi einsehbar ist, ohne dass ich scrollen muss. Ich werde jetzt nicht zu nerdy sein, woher dieser Begriff kommt. Der kommt aber aus der Zeitung im Prinzip. Das ist quasi das, was du auf der Zeitung liest, bevor du sie aufklappst. Das ist der above the fold Sektion. Und auf der Webseite ist es eben die Sektion, das wir sehen, bevor wir scrollen. Das heißt, es ist auch gleichzeitig die wichtigste Sektion überhaupt, denn die Menschen haben im Digitalen eine geringe Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, die sind vielleicht sogar zu faul zum Scrollen, gerade mobil. Achte drauf, deine Webseite muss vor allem auch mobil im above the fold richtig gut funktionieren. Sonst kann es sein, dass die Leute das aufmachen, sehen, boah, da muss ich jetzt ewig mich zurechtsuchen, bis ich Informationen finde. Ich gehe wieder. Schon hast du den Kunden verloren, schon hast du keinen Interessenten gewonnen. Also, spannende above the fold. Diese Sektion hier oben bauen, immer mit dem Werbeversprechen, was du machst. Also, bitte nicht zu rational hier argumentieren. Da sind wir im Bereich des Copywriting, des Werbetextens drin. Das würde jetzt zu lange gehen, das hier komplett zu erklären. Aber merke dir einfach generell für deine Website-Texte. Aber wenn, vor allem für diese obere Sektion hier, du musst hier Nutzenkommunikation machen. Das heißt, überdeck dir immer, was macht deine Dienstleistung Tolles für deinen Kunden. Und das, was die Tolles für deinen Kunden macht, das schreibst du ihr hin. Ja, zum Beispiel bei uns jetzt eben, durch die Dienstleistung bekommt man Mitarbeiter. Ja, das heißt nicht einfach sagen, ja, wir machen Personalgewinnung, Punkt, sondern mit unserer Personalgewinnung bekommen sie immer die richtigen Mitarbeiter. Ja, das ist das Problem von den Leuten. Und das möchten die haben. Ich glaube, die Bewerber möchten sie auch noch haben. Kannst du auch nochmal mit hinschreiben. Und dann kannst du immer so zwei, drei, maximal fünf Bullet Points hinschreiben. Hier zum Beispiel, das müssen keine ausformulierten Sätze sein. Das können einfach nur Bullet Points sein, wie du möchtest, die auch nochmal Top-Vorteile für deinen Kunden sind. Und ich mache es immer ganz gern, dass hier eben noch ein Video damit eingeblendet wird, damit man einfach noch ein bisschen zeigt, wer man ist, was man macht und dass das eben eine gute Sache ist. Musst du nicht machen, kannst du machen. Wenn du sagst, ich möchte mich nicht vor das Video stellen, vor die Kamera, okay. Aber diese persönliche Komponente reicht. Ich würde auf jeden Fall an wenigstens gucken, dass hier auch ein Bild von dir zu sehen ist. Kein Video, kein Bild. Menschen, die Menschen, die hinter der Agentur stehen, die erzeugen Vertrauen. Deswegen würde ich da aufpassen, darauf zu verzichten. Macht nicht ganz so viel Sinn. Also mach das lieber. So, und dann gibt es natürlich ein paar Elemente, die kannst du schon einbauen oder auch noch nicht. Je nachdem, wie weit du bist. Je nachdem, ob du schon Agenturinhaber bist. Zum Beispiel eben solche Dinge hier unten. Da haben wir halt so eine Trust-Sektion eingebaut, wo wir halt sagen, hey, wir sind in den und den Verbänden aktiv. Wir haben die und die Bewertungsstufen auf den und den Plattformen. Also das ist natürlich so eine vertrauensaufbauende Maßnahme zusätzlich, dass man eben sieht, guck mal hier, die sind aktiv im Markt, die sind erfolgreich, die haben gute Kunden und gute Netzwerkpartner. Und wenn du noch bei so einer Stufe nicht bist, ist das gar kein Problem. Diese Netzwerke, diese Partner, diese Rezensionen, die kommen mit der Zeit. Und wenn du wissen möchtest, wie die in deiner Agentur kommen und wie du deine Agentur aufbauen kannst, dass sie erfolgreich wird, dann kann ich dir nur mal meine Agenturausbildung ans Herz legen. Link dazu ist in der Videobeschreibung drin. Dann kommst du auf eine Seite, die ungefähr so aussieht. Und dann kannst du dir da ein bisschen was durchzulesen. Ganz kurz erklärt, wenn du deine eigene Agentur aufbauen möchtest und von meinem Wissen von mittlerweile fast acht Jahren Agenturinhaberschaft profitieren möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Trag dich einfach hier ein. Ich helfe dir nämlich hier bei der Agenturausbildung, deine persönliche Marketingagentur aufzubauen, bis hin zum allerersten Kunden und deinen ersten Verdiensten. Und wenn du schon eine Agentur hast, ist es auch etwas für dich, weil dann, wenn die gerade vielleicht noch nicht so ganz läuft und du sagst, hm, Kundengewinnung, mehr Umsätze, wäre schon ganz gut, bin ich noch ein bisschen schwer mit. Auch da gerne melden, ich kann dir helfen. Ich habe das mittlerweile schon zweimal gemacht und mache das gerade ein drittes Mal mit einem Projekt, nämlich der KI-Akademie. Also ich bin da ziemlich gut drin, gerade wenn es darum geht, wirklich von Anfang an ein erfolgreiches Projekt aufzubauen. So, das heißt also, gerne melden, gerne im ersten Kommentar anschauen oder in der Videobeschreibung, da habe ich dir die Agenturausbildung verlinkt. So, kommen wir aber hierhin zurück. Was müssen wir dann machen? Als zweite Sektion müssen wir im Prinzip, können wir eine Sache machen, nämlich unseren USP erklären. Unser USP ist unser Unique Selling Point, bedeutet unser Alleinstellungsmerkmal. Wir müssen immer gucken, dass wir uns irgendwie nicht vergleichbar machen mit dem Markt. Ja, das heißt, es gibt natürlich jetzt auch in unserem Bereich viele Personalgewinnungsagenturen. Recruiting ist ein Feld, das ist sehr beliebt, aber auch sehr umkämpft. Und damit wir uns in einem umkämpften Umfeld durchsetzen können, müssen wir uns anders anhören und andere Versprechen geben als andere. Das heißt aber hier bitte nicht lügen und irgendwelche Versprechen geben, die du eh nicht halten kannst und die sich sowieso irgendwie zu krass anhören, sondern bitte einfach immer gucken, was kannst du garantieren? Zum Beispiel Geld zurückgarantien, garantierte Ergebnisse, irgendwie so etwas. Das musst du nicht machen, aber irgendwas in diese Richtung. Du kannst auch sagen, wir bieten keine Mindestlaufzeiten an, wir haben eine Zufriedenheitsgarantie, whatever. Da kannst du ganz viel anbieten. Du kannst aber auch sagen, wir haben eine einzigartige Strategie XYZ, die macht folgendes besser als alle anderen im Markt. Kannst du auch machen. Ja, wir haben uns damals, weil einfach unser System so gut funktioniert, für eine Geld-Zurück-Garantie entschieden, die keiner zieht, aber sie ist natürlich ein super Verkaufsargument. Deswegen kann man das ganz gut nutzen. Aber das machst du bitte auch nur, wenn du richtig überzeugt bist von deiner Dienstleistung. Und bringen wir mal auf den Tisch, das bist du am Anfang nicht. Am Anfang deiner Agenturdienstleistung musst du erstmal gucken, dass du sie überhaupt hinkriegst. Da kannst du noch nicht mit Geld zurückgarantien werden. Das machst du bitte später, wenn du dir ganz sicher bist, dass du Erfolge hast. So, und nach solchen USPs, nach solchen Garantieversprechen, kommt dann auch die Erklärung deiner Dienstleistung. Das heißt, die haben das jetzt zum Beispiel visuell plus Text gemacht. Das würde ich dir auch immer raten, nicht nur Fließtext zu machen. Du siehst auch, dass wir relativ wenig Text benutzen. Bitte auch darauf achten. Bitte nicht zu viel Text. Fließtexte liest sich kein Mensch durch. Deine Sätze, maximal ein, zwei Sätze lang, nicht lang, nicht groß, damit du damit auch Erfolg hast. Hier also bitte in der nächsten Sektion erklären, was du machst für deinen Kunden, wie du in der Dienstleistung vorgehst. So, und dann kannst du natürlich auch nochmal das sagen, wie funktioniert das denn richtig? Ja, du kannst natürlich auch hier, wie wir es hier gemacht haben, eher so ein bisschen erstmal auf die Situation im Markt eingehen, falls das notwendig ist, falls du nochmal ein Problembewusstsein von deiner Zielgruppe mehr wecken möchtest, machst du erstmal noch das, was wir hier gemacht haben, eher in diese, kennst du das auch Problematik? Ja, kennen sie das? Und dann geht es in die Strategieerklärung nochmal rein. Das musst du hier nicht machen. Ja, wenn dein Markt offensichtlich weiß, was dein Problem ist, musst du es nicht unbedingt tun, ist aber nicht schlecht. Und dann kommst du eben jetzt hier nochmal in die kleinteilige Aufdröselung von dem, was du machst. Haben wir jetzt hier mit so einem Säulesystem aufgebaut. Übrigens, bitte gräm dich jetzt nicht, wenn das visuell vielleicht etwas ist, was du nicht hinkriegst, weil du im Webdesign nicht so gut drin bist. Erstens kannst du Webdesign beauftragen. Mit den Baukästen kannst du einiges machen. Oder, blöde Eigenmerbung, wenn du in der Agenturausbildung drin bist, zeige ich dir, wie du mit WordPress das selber machen kannst, so etwas. Deswegen ist nicht schwer. Das muss auch nicht genau so aussehen hier. Kopieren bringt sowieso nicht viel. Aber das geht auch mit anderen nicht so krass visuellen Effekten. Hauptsache, du kommst auf den Punkt und der Kunde versteht, was du tust. So, und dann kommt natürlich eine Sektion, die kannst du am Anfang nicht machen. Wir haben jetzt hier eben Fallstudien- und Kundenergebnisse. Das aber bitte so schnell wie möglich hier machen. Ja, auch die ganzen Teilnehmer meiner Agenturausbildung lernen auch das, dass man so schnell wie möglich eben Rezensionen, Referenzen aufbaut, mit denen man dann einerseits auf der Webseite spielen kann, aber mit denen man vor allem dann im ganzen Vertriebsprozess spielen kann, dass du dann an neue Unternehmen drangehst und sagst, guck mal, ich habe schon mit XYZ zusammengearbeitet, das war erfolgreich, wollen sie das auch machen. Referenzen sind das A und O, gerade wenn du startest, und die kommen so schnell es geht auf deine Webseite drauf. Das heißt, hier auch immer so ein bisschen Storytelling betreiben. Herausforderungen, was war die Ausgangssituation und was war dann das Ergebnis und was sagt der Kunde dazu. Das musst du nicht so machen, kannst du auch mit Videos zum Beispiel machen. Haben wir jetzt in dem Fall eben so gelöst. Dann immer noch eine Sektion. Jetzt ist der Kunde langsam ja aufgewärmt. Der hat im besten Fall Interesse. Er möchte jetzt auch diese tolle Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und dann hast du immer die Sektion hier jetzt. Zum Beispiel so Kontakt aufnehmen zu uns. So machen wir das fast auf jeder Webseite, weil es ganz gut funktioniert. Immer so ein bisschen erklären, wie das jetzt passiert, was die nächsten Schritte sind, worauf der Kunde sich dann einstellen kann, was passiert und dann einfach jetzt kostenlose Informationen anfordern und so läuft das Ganze. Also relativ entspannt, relativ einfach. Und dann kannst du jetzt noch was über deine Firma schreiben. Du kannst noch dein Team jetzt hier mit einbauen. Bei der Connect Agentur haben wir das gemacht, wo wir Bilder von meinen Geschäftsführern und auch von unserem Team zeigen. Haben wir jetzt hier nicht gemacht. Wird wahrscheinlich demnächst auch nochmal passieren tatsächlich hier. Aber das ist dann ein bisschen dir überlassen. Wir testen ja auch immer. Also übrigens vielleicht noch ein Pro-Tipp am Schluss. Eine Webseite, die baust du am Anfang. Wenn du am Anfang bist, erst mal auf, dann lässt du sie erst mal untouched. Wenn du da natürlich schon ein paar Jahre drin bist, mehrere Monate drin bist und du hast Erfolge, dann teste deine Webseite auch. Das heißt, baue immer weitere Versionen von Websites. Schaue, was kommt besser an. Das kannst du noch ausbauen. Mehr Referenzen, mehr Kundenprojekte, mehr Mitarbeiter, mehr Social Proof, irgendwie so etwas. Immer das weiter ausbauen. Das ist ein lebender Organismus. Je besser du optimierst, desto besser funktioniert er auch und desto mehr Umsatz bringt er dir. Am Ende kannst du noch ein Q&A machen. Das musst du nicht unbedingt tun. Das heißt aber, falls du mal die meistgefragtesten Fragen mit Abfragen möchtest und schon mal die Antworten zur Verfügung stellen möchtest, kannst du das gerne machen. Dann nochmal ein Ende Call to Action. Dein Footer eben mit Impressum, Datenschutz vor allem ganz wichtig. Und das war's. So einfach kann es eigentlich sein. Es ist also kein großes Hexenwerk. Du kannst das hier wirklich in Nullkommanichts selber aufbauen, wenn du das gar nicht selber machen möchtest. Es gibt genug Freelancer auf Fiverr, Upwork und Com, die dir solche Webseiten auch bauen können. Je nachdem, was für ein Kleingeld du eben hast. Das muss aber auch nicht mehrere Tausend Euro kosten übrigens, weil du jetzt nur ein One-Pager. Das, was wir hier übrigens haben, ist ein One-Pager. Also eine einzige Seite, ohne dass du hier ein Menü zum Beispiel hättest, wo du irgendwie draufklicken kannst auf irgendwelche Unterseiten und dann noch mehr Informationen hast. Das reicht auch von Anfang völlig aus, ein One-Pager ohne irgendwelche Unterseiten. Unterseiten sind sowieso ein bisschen oldschool, ehrlich gesagt, ein One-Pager. Einfach so ein bisschen aufgehoben auf den Landingpage. Das sind die Websites, die du als Agentur brauchst, damit du Vertrauen aufbaust, damit du Kunden darüber generieren kannst und damit es einfach gut funktioniert. Also, nimm das bitte mit. Bau gute Webseiten auf. Wenn du Fragen dazu hast, frag mich gerne. Wenn du eine geile Agentur aufbauen möchtest und Geld damit verdienen möchtest, dann schau in die Videobeschreibung rein oder im ersten Kommentar. Da ist der Link zur Agenturausbildung. Und dann würde ich sagen, viel Spaß damit und wir sehen uns in meinem nächsten Video.